willkommen mein name ist an ihrer lp und ich bin zurück zuletzt der overwatch letzten folge haben wir wieder ein bisschen reingehauen und wir haben schon ein match gefunden ich wollte eigentlich jetzt meine lootbox öffnen und so ich habe ein dingens genommen hier brawl da werden weil nicht vollkommen zufällige helden einem zugeteilt ich glaube jetzt mal wenn man stirbt oder so und ja ich bekomme egal wenn ich hier auswähle immer anderen mindestens ein ja ich glaube kriegen immer zufällig mann zugeteilt ist auch egal 67 und mich sind gegner schwach nein hat schon die mitsch verlassen wer bin ich aber ich bin solcher so und so so hat er so ein heil ding und alle erinnern mich machen roland aus aber neben seiner ultime ist gut angreifer in 30 sekunden erwartet sie alle an verschiedenen dingen sind hier an verschiedenen knöpfen dann ist irgendwie mächtig er zwei kann ich mein charikan einsetzen ja dann müssen wir verteidigen oder da gibt es ja mehrere die waffe verteidigen ja wir müssen erst mal die näher verteidigen genau sind alle diese eine eile mit diesen ultra langsamen schuss verstehe hier gut oh mein Ich hab schon Eilung, keine Sorge. es sind mehrere dinge mann nein das auf eine heile dinge wenn man diese blaue dingen tut sich irgendwie erhöhen wenn man länger am leben bleibt und das bringt weil sie nicht weil ich gesteuert bin ich wieder jemand anderen perfekt um sich für ein spiel einzufügen ich habe angreifend was er gar nicht ein ab wann ich war ein erledigt aber immer durch der hausgezogen aus dem teil als die charakter die ich eigentlich schon ab wie schon wir haben schon verloren war erst mal hat sie mir passiert er ist ding ins jahr große von tracer ich offen komme er ist ein erstes jahr verloren oder keine ahnung wie dass ich meine luke öffnen kann aber da jetzt gerade passiert ist auch noch mal der luke öffnen kann man nicht hier aber ja wird auch nicht rausgeschlossen oder war noch mal am ende wie man anderen also okay kommt schon bei 77 91 will es mich auf dem achten nehmen da voll overkill wir machen wir sagen wir sein team zufällig welche mal kurz gucken wenn ich in die luft vor der exklusiv energie war ja das ging zurück schluss war reich weiter jetzt die streben gerückt halten mit x-mal auch schweben okay das macht mal ein bisschen besser leute mein gott sind ja alle voll hochgelevelt schaffen wir sind alle minimal level 33 ich bin der einzige der noch einen einstelligen bereich ist aber mäßig weg jetzt hier da oben sind direkt da kann ich auch nicht wenn da oben hat darunter okay man wüsste ich viele andere leute hier ein gott war dann davor mich zu töten ein paar posten verteidigen dass er ziel einschläge okay war die heilung ihrer alten heilung ja die ist eingeschlafen in einem ding es geht Warte auf heute Abend! Es lohnt sich... Hey, Kroos! Ja, 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 wir geben immer noch keine Chance! Ja, hier ist es gut gelandet, ja? Ja, das ist ja schon... Du, in ja, bin ich heim! Nein, ich wollte mich grad heilen! Ah! Oh, was ist denn... Au! Gerechtigkeit vollstrecklich! Oh mein Gott! Oh Gott! Oh mein Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Wir sind doch nicht mal... Ah, nein, hier! Oh nein! Oh nein! Pfff, das ist einfach durchgerutscht! Ah! Reppaproote 29. Ah, Tracer A, wo? Lass mich mal an, wir verlieren! Wenn ich mal ein Ding aufgetrollen... Hier... Hier... Das ist... Ja, rausgehen. Besser hält nicht viel aus. Da. Ich hab mir dann nicht verloren, ey. Hey. Hey. Ich hab ihn beinahe. Oh. Was? Nein, man. mein gott weiß auch wenn ich auch nicht schicken es sind verdammte dinge ein ich will auch gewinnen aber jetzt so geil ja 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 ich könnte mir verdanken ja ich hab halt hier in die wege gereitet meine ultimate einsetzen der einzige der jetzt da war die ganzen team aufgenommen ich habe jetzt die ganze zeit nicht so ein alter was das denn das ist ja immer der einzige manchmal ist habe ich da vorhin waren ab heute Ja, was noch mehr? Oh, wir noch mehr. Kann ich noch noch gewinnen. Wer ist da oben? Vance! Headshot! Vance! Noch 3. Wir haben nichts von dem Zielpunkt B. Ich beschätze die Unschuldigen. Schon wieder die. Aha. Was ist denn das? Spürt die heilende Ruhe. Okay. Spür da noch rein, okay. Oh nein! Ich hab einer reingefallen. Keiner. Ey, was soll das? Letztes Mal war die auch schon da am rumhängen. Er ist die ganze Zeit da, oder wie? Das ist auch mies. Wer ist das? Wer ist das denn? Noch 60 Sekunden. Soldier 76. Bereit zum Einsatz. Ich hoffe ich das mal an. Okay, falle ich mach Gott platt. Ich hab' keine Sorgen. Jetzt gibt's eine Abkühlung. Jetzt gibt's eine Abkühlung. Ich hab' keine Sorgen. Ich hab' keine Sorgen. Gerechtigkeit vollstreckt sich nicht von allein. Gerechtigkeit vollstreckt sich nicht von allein. Okay. Ich lieber auf Schnellsuche. Ich hab' noch gar nicht gewinnen. Ich hab' nicht meine Chance. Ich hab' nicht genug. Ich hab'h' nicht genug. Ich hab' das hier überhaupt nicht geworfen. was eigentlich was bringt aber okay und ich gehe raus hat kann so nicht er suche er kann sie nicht so weil er wird die gegner schaffen ja ich habe noch mal die loot box hier jetzt gedruckt halten neuer skin für tracer erinnere dich an diesen augenblick ok cool und zwei skins für engels tracer nämlich an ja wir auswählen wir sind nicht nur farbänderungen das gut das war noch nicht mal isolieren die währung ist glaube ich ding ist echt geld nämlich an jetzt aber dann schon wieder so lange die beiden alle eine andere fahre ja ich glaube schon das ist ja eine v-bestelle hat denken dann war glaube ich nehme ich an weil sie nicht immer mehr maria ag machen wir weiter mensch gewonnen ausgezeichnet deutschland für match 200 eigentlich 1 noch zwei einfach mal voll schnell verloren hat andere ist jetzt blöd hat jetzt nicht hier zufällig die charaktere bekommen wir haben wir noch nicht hier genommen wie papa mcriegen die rosa postion immer den ja wieder panzer als mit starten kann rufen ja voller über porten leute ich machen wir wenn ihr anderen leuten eingeteilt höchste schädigkei eine mobile einheiten leichter der panzerfahrzeug mit starten kann nun halte ich selbst gerückt halten wechselt die wappen kommt platzern auch so entweder das oder das entweder ich bin stationär oder ich war mobiler allerdings heilen was soll ich mich jetzt irgendwo platzieren oder nicht ein bisschen langweilig habe ich noch ein ort bin kann ich ja hier platzieren einfach ein ding an der erfolge wird auf der fahrzeug ist mein fahrzeug beschützen weil wir müssen das ding er beschützen kann ich mich da irgendwo ihn passieren er ist natürlich blöd so was man hat mich an ich kann ich heilen aber ich halte wenig aus der typischen heiler warum macht er so viel schaden ja auch der entlang da so platzieren nicht so aufbauen langweilig jetzt muss man sich nicht langsam okay denn 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 ich werde gar nichts ausfüllen so ein tank klasse ich habe auseinandergeballert aber komm schon mal was ist das denn ja jeder gefängst weg aber eigentlich hat mein körper jetzt gar keine möglichkeiten ein bisschen um andere gegner ich habe ihn gesehen verdammt jetzt wieder außer mein gott hätte ich da nicht so raus ich wollte mich eigentlich aufstehen und den war das ist der panzer ok ja kommt mal her ist fast so weit schön würde ich da kommen wir hier näher die ganze zeit zu warten naja hier kann ich mich auch hier kann ich mich auch in den länder sind dann oh mein gott hat also drei vier leute auf einmal ab zu knallen er tut ja dauernd hier in dieses geschützten eingehen er weiß wie man das macht wir sind dämlich jetzt ganz ehrlich sagen würde ich auch die ganze zeit zu sagen kann mich auch geben war das ist nichts für mich jemanden annehmen ich gar nicht über meinen schützen war zum teufel danke für mich nicht wenn ich noch mal noch nicht wir haben euch gemeinsam sind jetzt strahler wird kurz reich bei der energie granaten erzeugt hat sogar das gene anzieht erzeugt einen schaden zu um dich herum den schaden um einen verbindeten herum oder wegen der schaden das ist ein strahl das ist ein paar punkte die ganze zeit mit pegs irgendwohin hat sie mal schnell in der pute ich wurde von mir selber getötet wikingerinnen ich muss schrafen hat 30 minuten ein was ich will sie ein durchschreibt was was ganzes wagen wir gewinnen glaube ich nein das ding bewegt sich warum bewegt das ding darunter war dann brauchen wir jetzt noch ist dann verdammt viel mehr aus und danke also wir gewinnen jetzt ja noch bist du verdammt egal wir haben gewonnen ist auch was eine ahnung schön mein gott ok sehen gar nicht ja ja es läuft ab echt dann würde ich mal sagen das war es an freute ich habe zweimal drauf genommen hat reicht genug gesucht wird dann sehen wir uns in der nächsten feuer verletzt play overmarch ich bin dadurch alles ich fühle zu schauen und sagt tschüss bis zur nächsten fall